3-2 seine Führung, es ist kurz nach 15 Uhr. Wir sind gleich wieder live mit dem Tennis da, aber zwischendurch einmal. Heute Schlag... 0 Becker, 2-3 der Rückstand im zweiten Satz. Becker ohne Punktverlust bei eigenem Aufschlag bisher in diesem zweiten Durchgang. Becker ohne Punktverlust bei eigenem Aufschlag. Smartphone Extreme Winkel, die beide hier eben gespielt haben. 15.30 Uhr 15.30 Uhr Und der erste Doppelfehler bringt die ersten Dreckchancen im zweiten Satz. Ich sagte es als Fazit am Ende des ersten Satzes, so kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Und so perfekt mit dem Ausflag, also jetzt, die ersten Schwächen, die Chance für Sampras ist da. Ein sogenannter Service-Winner-Gewinnpunkt über den Ausflag. Das wurde genauso gut wie in Ass. Becker wehrt die Dreckchancen ab. Und wie? Ich glaube, dieser Gesichtsausdruck sagt alles. Wenn zwei so klasse Leute wie hier aufeinandertreffen, dann gibt es immer nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten, um mal in Führung zu gehen. Eben waren sie da für Pete Sampras. Becker kontert. Klasse. Aus 15.40 Uhr Macht Stiel. Und das gegen den wohl besten Aufschläger, den besten Spieler der Welt. Da eben kurz eingeblendet, dieses Gerät, das Sie auch da rechts von Becker oben sehen. Die Geräte messen die Aufschlaggeschwindigkeit. Da war Becker zweimal zu kurz mit seinen Grundlinienpflegen. 15.40 Uhr Drei Sekunden. 13.40 Uhr Ja, schön vorbeigeschoben. Ein tolles Publikum steht voll hinter Becker. Er folgt jeden Ballwechsel intensiv. Gute Ahnung von Pete Sampras, was da vorne passiert. Leute, hier sieht man, wie gut er postiert ist, ganz dicht am Netz lässt abtropfen. 14.40 Uhr Becker geht auf alles, was sich bewegt. Und zeigt natürlich, der Nale Edberg unter anderem geschlagen hatte, dann die gute Auslosung, dass er Wimbledon gewinnen könnte. Auf jeden Fall zählt er zu den ersten drei Favoriten. Und wenn das der Fall gewesen wäre, vielleicht wäre Becker heute mit einer guten Sommersaison sogar die Nummer 1 in der Welt wieder geworden. Aber das, glaube ich, ist nicht mehr sein erklärtes Ziel. So, die Zahlen haben Sie genossen, gelesen. Becker bei 3, 4. Mit dem Aufschlag. 1, 2, 3. 2, 3. Wunderbar, Becker, Aufschlag und Volley. Und gegen einen Mann, der so gut unterwegs ist wie Pizembrez, sollte man den Punkt schon mit dem ersten Volley machen, wie hier. Hoffmanns hat der erste Volley ja einen vorbereitenden Charakter, um dann beim zweiten Volley den Punkt zu machen. 40 Blumen, 49 Blumen, Spielbecker, weiterhin allererste Klasse beim Aufschlag.